Mi 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 So YouTube, wir sind zurück zu The Long Drive 28 Kilometer sind wir schon gefahren Und lass uns doch einfach fortsetzen, oder? So, liebe Leute Wir haben das geile, äh, grandiose Auto In pink gefunden Wo sind wir denn stehen geblieben? Wir haben das ausgerüstet, das ist korrekt Den hab ich hier mal durchgefickt, auf Ernst Hä, ich hab doch schon beladen Korrekt, mein Junge Öl, 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 Öl Wie könnt ihr das eigentlich umfüllen noch? Öl, Öli Da werde ich so hart mal einen Mensch einschmieren Und abfackeln Äh, naja, die Zombies halt, wisst ihr? Öl 100% saftiges Öl Flopp Na, so hab ich mir das nicht vorgestellt Haben wir denn hier noch irgendwo Diesel Das ist Alkohol, das sollte ich zumachen Das ist Wasser, wir brauchen noch einen Container Winddiesel? Ja Wow, wir haben noch keinen Behälter mehr, oder? Achso, wir können auch hier gucken Ich bin der einzige Zimmer Naja, du hörst dich ja auch an wie 40 Also, deswegen hast du auch eine alte Stimme bekommen Also, ich meine natürlich eine reife Stimme Haha Wir müssen das hier nehmen Ich hoffe mal, diese ist nicht so begehrt Machen wir dich auf Let's go Du bist von Mrs. B407 gekorbt True Das ist richtig und wichtig natürlich Let's go, Shad Wir sind ready Ready für die kranklose Fahrt Mit unser ansässiges Auto Haben wir alles jetzt? Wir haben doch Holy shit Halb Hase, halb Känguru What the hell? Ich verstehe die Waffe immer noch nicht Na gut Piu Heilige Scheiße, Alter Piu Na gut Lass ich mal in Ruhe Bitte, bitte, funktionier Bitte, funktionier Warte Wieso startet die Karre nicht? Oh Stopp, 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 stopp Ah Wie stark war einer? Muss ich den noch tanken? Hier, das hier, oder? Oh Scheiße Was ist denn hier passiert? Oh, heil na So, wo ist denn unser Schlauch hin, Shad? Ich bin gerade schlauchlos Oh, let's go, let's go Das ist wichtig Du musst saugen Oh Wenn das geht, gerne Ich sauge gerne an Schläuchen Also, jetzt in-game Dann müsste doch der jetzt eigentlich anspringen, oder nicht? Let's go, guys Ist das die richtige Richtung? Ich weiß es nicht Müsste Ist Lass uns, lass uns in die große Weite Welt fahren, Shad Wir sind es So, immer Schauen Wo Oh mein Gott, da hinten ist irgendwas Oder? Ich glaube Oh, was Das ist ein Stein Hm Vollgas Und laufen lassen Oh, da hinten, Shad Oder? Ich glaube Boah, ey Jetzt flutscht es doch, Mann So, clean Clean as fuck Alright Wir sind ein wenig radio los Z-Champ Aber was soll's Jemand hatte auch wirklich sehr viel Bock Holy shit Holy shit So, dann bleiben wir hier stehen Machen wir Handbremse Gehen wir raus hier So Nein Heute kein Poppy Boah, gefickt Oh Hallo Oh mein Gott Er hat einen Mensch gefressen Hallihallo Ich möchte gerne stehlen Boah, der ist gestorben Okay Okay, let's go Öl Immer Öl Wir nehmen erstmal das, was wichtig vielleicht ist Raus Alkohol Empty Empty Durst Alkohol Kann ich dich trinken? Wie trinkt man? Wie trinkt man? Na gut Hat jetzt nicht so geklappt Ich hab paar Aggressionsprobleme Oh Futter Yum, yum, yum Was ist das? Öltank Öl und Alkohol Diesel In einem Mülleimer Ich esse Ich muss scheißen Komm, kack, 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 kack Kack, 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 kack Boah Oh, unsere Lady ist wieder da Die ist sehr wichtig Die muss mit Geil Nehmen wir Taken wir Neue Scheibe Für hinten Auch optimal Kackwurst am Ständer Okay Geil Auto Auto, wo bist du? Wo ist deine Kack? Da hinten Ich wollte den Sprit nicht verbrauchen, weißt du Weil da gibt's kein Gas Und äh Brain Move Sonst hätte ich Sprit verbraucht Gebe mir bitte Mein Licht und Fackel So Schon schlauer geworden? Jaja Also ich weiß immer noch nicht, wie man trinkt Aber Ich weiß zumindest, wie man die Mische pullt Wop Flipp Afka Schere So, guck mal hier, was wir hier für ein Loot haben Hier ist einfach ein Sarg Okay Sorry Oh, hier ist was Geh weg Scheiß Auf die Leichenruhe Geh Stock Geh Komm, komm Push Gas und Öl Das ist Goldstück Wasser Alter Es pocht Bei mir pocht es gerade Also nicht auf Sassi angelehnt Also Wie pisst man eigentlich? Wie, wie pisst man? Oh, ich hab gepisst Mit P Pipi Geil Geil Geil, ey Mein Strahl ist wirklich so wohlgenährt Ich hab ein bisschen wenig getrunken To be honest Aber Aber was soll's Das Leben ist manchmal nicht optimal Ich trinke Ach, Mann Die werden so schnell groß, Chat Ich hol das Auto Ich wollte Sprit sparen Aber Da wir ja Sprit gefunden haben Ist alles optimal Brumm, brumm Was ist mit deinem Auto? Warum? Das ist eine Luxuskarre Hä? Das haben wir im letzten Genre gefunden, weißt du? So All right Dann tun wir noch uns schnell umfüllen Nicht abfüllen, sondern umfüllen Öl und Gas Äh, Wasser, Gas, Öl und Diesel Ja, ich bin halt nicht wissend, wie man das Und ob man das umfüllen kann So Kann ich hier mitfahren Weil das ist ja Alkohol und so Yo, warte mal Also ich glaube, wir haben das Beste gefunden, was wir Hätten finden können Holy Shit Fucking Sportwagen, Alter Bau dich, bau dich, bau dich Du baust dich nicht Das ist für vorne wahrscheinlich Äh, ich weiß ja nicht, Bro Oh, da oben ist auch was Mach ich gleich Räuberleiter Das ist doch optimal, guck mal hier Na, na, klar Wop Komm, push Let's go Oh, das ist ein Big-Reifen Warte mal Ergonomie, dies, das Nee, das passt Okay Boah Richtig Geil Empty Ah Nun, also Ah Einfach so Woppa Yo Yippie Ja, Mann Hab dich nicht so Mann Dein starken Ärmchen Oh Warte, dann pushen wir dich einfach Guck mal hier Lifehack Mal gucken, ob das hier eingebaut werden könnte Und so Ja, sieht ein bisschen trashig aus Aber schauen wir mal Darf ich? Danke Game Change Das sag ich Komm, komm Please, please, please Holy shit Okay, okay Wir haben keine Keine Probleme mehr mit Tank All right Das kann eigentlich weg Weil wir sind Good to know Alkohol Wo sind denn unsere anderen? Ach, da unten Wie niedlich Gebt mir das Gebt mir das Was seid ihr? Alles mögliche Und knapp 10 Liter Öl Game So, haben wir noch ein Schmaus mit Wasser Was? Diese Warum diese? Hä? Essen Hervorragend Ich bin full Dann hebe ich mir das lieber auf Wop Was bist du eigentlich? What the fuck? Oh, Magazin Wir hatten mal eine Pistole, glaube ich Einmal das Ja, wieder mal ein bisschen kacken Gerne geschehen Flop Sorry Munition Sagenhaft Essen Würstel Zu Und Lass uns auf die große Weiter Welt Fahrt gehen Seit wann habe ich hier Licht? Let's fucking go Ich habe kein Licht Wir bräuchten vielleicht auch Licht Haha Das Geht es Ihnen gut? Alles gut, Guys So Oh, UFO Scheiße, Mann Ich habe Angst Alles top Ja, hier ist alles top Habe ich was verloren? Oh Ähm Ne, sieht alles noch prickelnd aus Alright Gehen wir weiter Hatten wir nicht mal eine Tür? Ach, da hinten ist die Tür, oder? Boah Alles noch da Alles noch da Flop Rein da Turbo Rum Rum Hatten wir nicht eigentlich auch mal eine Pistole? Boah Ja T DLD Mega Na ja, natürlich Willkommen Wheel 96 Wie geht es dir, Mann? Wir zocken das grandiose zu langen Drive, Mann Wir müssen zu unserer Stepmom Die möchte was von uns Das sieht Das ist alles gerade ein bisschen suboptimal Was ist hier los? Habe ich einen Reifen verloren? Was ist hier passiert? Oh je, Mine Ach, meine Güte Geht ran, Mann Wir haben keinen Ersatzreifen, oder? Wollen wir nochmal zurück? Also, haha Guck mal hier, Pfeifett Einfach mal Gewichtsverlagerung Die machen wir hier rein Na gut Hat jetzt nicht so viel gebracht, glaube ich Dann brauchen wir einen neuen Reifen Wie, warum? Welche Radkappe? Warum muss man die Radkappe abnehmen? So Was ist denn das für ein Huchensohn? Heilige Schnauze Boah, es funktioniert Hä, warum bist du so schlau? To Boah, Mann Let's poppin' go Danke, Zuckerboy Danke Yo, neues Auto Das Auto ist trash as fuck Aber neues Auto Alright, es wird auch hell Was ist das? Ah Meine Sexpuppen Yippie Kann ich mir wieder ein Wedeln Warte Du kommst hierhin Okay, dann viel Spaß beim Fail Na ja, klar So Na komm her Na komm her Ja fuck Oh Geil Brauchen wir gleich zwei Äh, liebes Äh, liebe Liebe, liebe, liebe Äh, liebe Werte Person Äh, Frauen Oder reicht eine für uns? Brauchen wir zwei? Oder? Nö Oder? Mal gucken So, erstmal Brot Wie sieht's aus Kacken Kack, 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 kack Let's go Sehr schön gekackt Komm Press die Wurst raus Press, press, press Let's go Nehmen wir Essen wir Gucken wir Hallihallo Schoko Oh, what? Schicken wir Nehmen wir Klar doch Einfach so Geht's hier rein Hervorragend Boah Let's fucking go So, was bist du denn, Mann? Oh, elegant Mal gucken, wie das aussieht An unsere pinke Karre Mit, ohne Fenster Checkt ihr Kann ich doch Kann ich doch Boah Ne, hat was Also würdet ihr Eigentlich mit dieser Karre Fahren wollen Damit auf Arbeit fahren Schrägstrich Studium Schrägstrich Schule Schrägstrich Abiball Was? Kann man doch machen, oder? Das, das Strahlt eine gewisse Überzeugung aus So Oha Ich lach mich tot Haha Toll Na, okay Na Ja Na, klar Schau mal an Wir müssen mal ein bisschen saufen Ali, hallo Bist du voll? Oh Mann, du bist so geil Gas und Öl Gas und Öl Gas und Öl Weiß nicht, wofür wir es noch brauchen Aber Gas und Öl Das ist ja Schlagkisten Oh Du bist Du bist mein Senpai Sorry, Zockerboy Sorry Öl Wir haben kein Kanister für Wasser, oder was? Oder Wasser? Haben wir hier noch ein Kanister Warte mal Zerschlag ich dich Hier Nee, nur Anhänger Könnten wir vielleicht auch bestücken Schlagen Jo Was bist du denn? Haha Nicer Hut Öl Ein Wuffi Alright Nehmen wir dich als Wassercontainer Ich kümm dich aus Sehr schön Put Put Ich bin fast tot Das ist ja Das ist ja Bombastisch Film ich ab, komm Geil Let's Popping Danke für den Tipp, Zockerboy Ich hab mich fast in die Luft gesprengt Wow Aber ich glaube, so im Durchschnitt war es doch schon optimal Ey Es verbraucht sich Warum läufst du denn von oben nach oben, was? Das macht alles keinen Sinn Geil Alles keinen Sinn, Mann Komm mit Äh, nein, nicht bei die Ladies Die sind schon dreckig genug Oh, langsam wird's voll Langsam brauchen wir vielleicht einen Bus oder so Kann ich dich eigentlich auch zermöbeln? Du stinkst So Was wollte ich gerade? Wir gehen einfach mal hoch Was ist das? Licht Noch mehr Licht Let's go Empty Irgendwas Gas wahrscheinlich vielleicht Oder auch nicht Licht ist immer gut Yippee Und wir brauchen eigentlich Licht Hast du Licht? Du hast natürlich kein Licht Kann ich dich mounten? Hier Mount Equip Ja gut So oder so Oder top Dich ist auch gut Kann ich dich hier anbasteln? Ne, du bist nur ein Hutobjekt Okay Na gut, wir haben alles Ist doch alles optimal Leider Gottes haben wir kein Radio mehr Wir nehmen das Hündchen mit Sie outet sich als Giraffe Okay Ne Ist legitim Du gehst einfach jetzt einfach mal dahin Müssten wir Alles haben Wir nehmen eine Kakerlake mit Für den Extra Kick Wisst ihr, was mir gerade auffällt? Wir haben unser Minecraft Steve nicht mitgenommen Jetzt ist sie ganz alleine, man Ganz alleine Wisst ihr das? Dann trinken wir nochmal schnell was Und dann geht's weiter Auf die große weite Fahrt Trinken, trinken, trinken Wir sparen Boah, es fährt sogar Wie geil Hallo Na hallo Fandi Wir zocken das Gute Alte Nein Immer rechts Boah, Mann Zocker, boah Warum bist du denn so Gesegnet? Danke Immer rechts Okay, okay Wow Also Schon geil Ich will auch gerne mal wissen, was passieren würde Wenn das UFO uns Sieht Und ich möchte gerne auch mal die Riesenhäuser Zu Gesicht bekommen So Wir halten Ausschau Für neue Gefährten Und für neue Häuselis Und ich habe immer das Gefühl, dass ich Die Hälfte vergessen habe Oh, da hinten vielleicht Glaube Es ist gar nicht mal Wurf Die Aussichtsplattform auszuschecken Weil Wenn, dann gibt's halt nur ein, zwei Sachen Und ich glaube, die sind doch eher Mit Waffen bestückt Als mit Loot Hervorragend Wollen wir dann über Themen sprechen Also Kommen wir bei der Fahrt Ich habe leider kein Radio Bin zu arm dafür Demzufolge Misst ihr Gerne singen Alter, ich habe so ein ganz komisches Gefühl Entweder bin ich hier so Oder ich habe gerade das UFO gehört Also das hat irgendwie gerade so UFO-Vibes Vielleicht sind wir auch gerade bei Area 12 Angekommen Wo die Aliens rumtanzen Das könnte alles möglich sein, Mann Die Berge sehen mir auch zu schwänzig aus Irgendwie Das ist mir alles zu unheimlich geraten Ah Meine Fresse, Alter Na gut Lichtpegel Immer kriminell Oh, ich habe Angst, Mann Ich habe Angst Hilfe, bitte Oh, Haus Richtiges Haus Chat Richtiges Haus Porgas In den Chat Oh, mein Gott Bus Wir haben Bus, Mann Yo, boys So Weltklasse Minions Und Miladies Das ist Amazing Porgas in den Chat Wie crazy Sküskü Holy Shit Ich komme gerade so was von Ich bin feucht Ich bin grandios feucht Wo ist mein Schwanz? Mein Schwanz ist weg Wo ist mein Licht? Oh nein, oh nein Hier Ja So, wir laden lieber mal Wir haben keine Munition Hallo Oh, ein Tank Okay Gibt es hier auch was? Für den alten Föhnheim Oder bist du einfach nur Attrappe? Mann, ich brauche Licht eigentlich Warte mal Wie kam ich hier rein? Von hier Wo ist unser Licht? Nehmen wir einfach mal alles raus Da Schlaf doch Ja Aber da wäre ja die Atmosphäre Wir müssen ein bisschen RP zocken Weißt du, Zockerball Wie gesagt Wenn es den einfachen Wege gibt Dann nehme immer den Schwierigeren Ich bin ein wenig cursed und verrückt Nein Oh nein Oh hell nah Safe load Bisschen cheaten Loan, yes Let's go Noch eine Fickpuppe Was? Er, darauf ist geschissen Let's go Wollen wir den sneaken Bus nehmen? Lebst du noch? Lebst du Bus? Bist du anständig? Kann man dich besteigern? Max, AC Kiminas Aber dafür ganz viel Loot intus Aber wenn's aufgehen würde Haha Türöffner vorne, recht unter dem Kotflügel Rechts unten Wo bist du, Mann? Scheiß Knopf Hier ist schon mal der Tank, okay Na Na Ah Wir gefunden Growplayer Am Stizzle Tja ja Muss immer zweimal hingucken Weißt du doch So Hallihallo Riecht ein bisschen vergammelt Nach tote Leiche Wie unangenehm Die könnten ja auch draußen Sterben bitte Nee Gefällt mir Endlich mal bin ich ein Busfahrer Alter Let's fucking go Kann man das hier auch irgendwie Den Motor irgendwie rausnehmen Oder so Oder ist der Motor fest? Und was tankt er denn überhaupt? So viele Fragen Ja kann man Finde ihn Smile Wird erledigt? Kann ich nicht den Dildo hier auch nehmen? Oder ist das nur Attrappe? Alter Oh Nee Das ist geil Oh Nee 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 So Komm her du Mischtück Oh Ähm Also so nah Woll ich jetzt auch nicht bei dir sein So Also nur Öl Und was bist du? Kommt hier Alkohol Oder Wasser rein? Du siehst Nach Was? Oder nach Ein Tank aus Oder? Ich bin ein Profi Wickel 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 Geh raus Nein Ich wollte keinen Setz den Hut wieder auf Und den Holi wieder auf Glaub ich bin stuck Oder? Oh Mann Einfach nicht aufgeben Chat Wisst ihr das? Okay So Wir füllen mal nach Ein bisschen Öl und so Hoffe ich Wasser Alkohol Öl Ich hätte die Motorhaube geöffnet Um raus zu kommen Okay Hätte man machen können So Jetzt erbetet mal bitte Dass das funktioniert So Was bist du? Gas und Öl Alright Wir können ja schon ein bisschen hier umsortieren Wasser kommt mit Woppa Reingucken Oh Bist du? Licht Licht Aber das Ding hat doch Licht oder? Schnupper 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 Das wäre vielleicht Oh Gott Nein Nein Geh weg Geh weg Geh weg Na gut Was? Du Miststück Piss dich Wie schnell Okay So Knabber 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 Okay Das war's So Als nächstes Strat wäre dann Ein wenig die Köpfchen Sache Wichtig Wo wir Richtig die Sachen lagern können Jetzt könnten wir eigentlich Oh mein Gott Checkt ihr? Ihr checkt oder? Ihr checkt Ich checke auch Ich 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 Du und ich 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 und ihr Lelele Wo ist denn jetzt meine Munition hin? Du kommst auch mit Brauch noch ein Kuscheltier Hä? Okay die spawnen Sorry Nehmen wir dich mit Wop Wop Nehmen wir dich mit Wop Dich brauchen wir nicht Nehmen wir dich mit Schett ich zeig's euch Ich habe gerade Five hat move vielleicht Oder auch nicht Hey Ein willkommen oder? What's popping hyper? So Unsere Sexpuppen kommen natürlich auch mit Jeder hat einen eigenen Platz jetzt Amazing Woppa Hündchen Lady 1 Lady 3 Lady 2 Arschi Fick dich alter Fick Ja man Oh ja Schett Nein Nein Oh scheiße Oh scheiße Komm mal von unten Jetzt jetzt Er hat geschissen Let's go Komm wir schieben Dich nehmen wir auch mit Ich weiß nicht warum Aber wir nehmen dich einfach mal mit Vielleicht ist es ja wirft So rein da So Geil Leider Gottes müssen wir unsere pinke Karre Hier lassen Aber Was aber war Aber das ist eine pinke Karre Ja wir kriegen ja noch ein bisschen hier Farbstoff Also wir könnten auch den Bus pink anmalen Wir nehmen dich mit Das begleitet uns Natürlich die ganze Farbe Oh Okay Da ist zumindest unsere Munition Wop So Ansonsten Die Knarre noch Hervorragend Was ist hier noch wichtig Bin full life Oh nein Bin ich nicht Oh mein Gott Okay So was ist das hier Oh Himmelsrichtung Hä wie geil Alright Nehmen wir auch Müschen wir jetzt alles haben Oder Das ist Wasser Ey das muss Wasser sein Oder Kolant Scheiß drauf Du fährst jetzt ohne Wasser Piss dich Full tank empty Juckt nicht Wir fahren jetzt So Mach die Luken zu Wir sind Busfahrer Oh wir haben Radio Was willst du denn jetzt Geh weg Let's fucking go Ist das normal Dass das Warum fahren wir so langsam Ja das ist Öl Das ist Wasser Oh sag jetzt nicht Das ist das Die normale Fahrgeschwindigkeit Oder Ist halt eine schlechte Nein Fährt das jetzt wirklich So langsam oder was Ne das Ne ne Also Äh Falsch Wir fahren noch Hust Tankanzeige anschauen Hust Äh 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 Gut Also Einfach mal Den Kopf durch die Wand War Ja klar Öltank ist voll Ich tu da einfach mal Wasser rein oder Oh hier ist was Guckt mal Wir fahren die ganze Zeit Checkt ihr das Öl Jetzt Alkohol Wasser Lady Wasser Irgendwie habe ich das Gefühl Dass das Wasser braucht Dann bekommst du Wasser Naja klar Gefühle Tun Dich nicht Beunglücklichen So Dann ein wenig Lobby Man darf ja auch nicht rausfallen Bei der Fahrt So aber jetzt Naja klar Es leuchtet rot Alles leuchtet rot Wir brauchen unbedingt Äh Was ist das Wir brauchen unbedingt Wie heißt das Wir brauchen Wir brauchen unbedingt Diese 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 Wie heißt das Nicht Container Nicht Schrank Kanister Auch nicht Wie heißt denn das Wo man Sachen Kommode Nein Nein Kleiner Kleiner Zuckerboy Du kannst auch mit Denken Wie heißt das Nicht Schuhschrank Auch nicht Nein Noch kleiner Die geflochten sind Kiste Nein Warte ich hab's gleich Hab ich einen Schlaganfall Nein Ich kann auch denken Ich hab's gleich Scheiß drauf Da ist Hopps und Malz verloren Korb Oh mein Gott Ich hab's Geist Korb Korb war's Warte kurz Wenn ja dein Fehler bemerkt Es ist noch kein Engel vom Himmel gefallen Außer ich Oh wo Warum mach ich denn das immer Holy shit The fuck Krass nass Na ja klar Na gut Ich werde mich jetzt Äh nochmal Äh schlau machen Und damit würde ich sagen Das wär's von der Folge Lasst gern Und da würde ich sagen Lasst gerne mal ein Like da Dislike mal Auch ein bisschen Ansonsten schreibt gerne mal ein Kommentar Äh Findet ihr Würste von 1 bis 10 Und ich würde sagen Das wär's von mir Haut rein Und bis zur nächsten Folge Pssst An der Auto Holy shit Oh mein Gott Das ist geil Das ist glaube ich am Würfsten Und dann Und dann